Wenn die Leute merken irgendwie, dass du gar nicht einer von ihnen sein willst, dann glaube ich, kann das in so einer Fußballergruppe nicht funktionieren. Es sei denn, dass es immer das, ich meine, wenn du total der Knaller bist, ein richtig krasser Fußballer, ein Messi, das ist wahrscheinlich auch scheißegal. Oder wenn du das Rüstzeug hast, also mental gesehen, dass es dir wirklich alles am Arsch vorbeigeht, dann geht das auch. Aber wenn du so gestrickt bist wie ich, also meine Natur, gibt das auf keinen Fall her.